Dremelok, seid gegrüßt meine lieben Gefährten, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist Lotzalok und ich stehe in der Schwiede und warte darauf, dass die Steine gebraten werden. Ja, ich warte immer noch. Der Flachwitz des Tages... Oh, der ist böse, oh der ist böse, der ist wirklich böse. Ich war mir überlegen, ob ich ihn vorlesen soll, aber ich mach's trotzdem. Eine Bewertung von 109? Immerhin. Eine Frage. Wenn kleine Affen Äffchen sind, was sind dann kleine Maden? So. Äh. Wie weit sind wir? Oh, ja, ein kleiner Vorrat ist auf je... Ja, super. 60 Stück, damit komm ich auf jeden Fall weiter. Ja. Ja, ich baue hier mal dicht. So. Okay, dann haue ich jetzt die Erde hier noch raus, ersetze das durch die Steine. Und jetzt, ja, jetzt kommt eigentlich der schwierigste Teil, weil jetzt muss ich hier die Decke ersetzen, aber auch gleichzeitig sofort den Stein hinbauen, weil das Wasser sofort durchsickert. Und mir wieder alles ruiniert. Scheiße. Scheiß Kies, Alter. Du Kies, du, ich hasse dich. Oh. Nerv mich nicht. So. Ja, hier scheint, hier scheint alles gut zu sein. So. Nein, hier nicht mehr. So, nur vereinzelt scheint das Wasser hier durch zu sickern. Und es ist tatsächlich immer der See. Das ist ein bisschen lästig, aber okay. Kann man nichts machen. So ist es nun mal. In dieser Folge wird dieser kleine Lagerraum hier auf jeden Fall fertiggestellt. Und in der nächsten Folge werde ich, ich habe übrigens schon wieder vergessen, dass ich ja zur Scheune wollte, um ein paar Kühe zu schlachten. Das mache ich am besten jetzt, sonst vergesse ich das wieder. Äh, es ist ja immer das Gleiche. So. Ja, habe ich wirklich vergessen wieder mal. Deswegen mache ich das jetzt. So. Weizen habe ich noch. Elf Stück ist nicht mehr ganz so viel, aber... Also, sind auf jeden Fall alle groß geworden. Einmal züchte ich sie noch. Einmal möchte ich noch züchten, obwohl ich nicht mehr so viel Weizen habe. Okay, okay. Ihr beträgt mich. Ich ersticke... Ah, okay. So. Zwei Weizen noch übrig. Die verteilt... Ah, es lohnt sich nicht. Ich hole mir mal. Da ist jemand verliebt, aber hat keinen Partner. Pech. Äh. So, dann werde ich mal ganz... Weizen. Ach, dann klaue ich mir vom Feld einfach was. Was heißt Klauen? Es ist mein Feld. So. Ja, die Kisten, die muss ich hier auch nochmal positionieren. Da gucke ich mal. Aber jetzt erstmal, äh, weiß ich nicht so. Komm, eine Reihe, das muss erstmal reichen. Dann werde ich selbstverständlich wieder nachpflanzen. So. So wie sich das gehört. So, dann kann ich es wieder nachpflanzen. 21 Weizen sollten jetzt dann erstmal reichen für das zweite Gehege. Das dritte Kuhgehege sollte ich eigentlich... Das ist viel effizienter, wenn ich das machen würde. Äh. Ich schlage daher folgendes vor. Ich werde jetzt mal... Ja. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde jetzt... Aber wie mache ich das am besten? Ich möchte nur einen Teil der Kühe hier drin haben. Das Problem ist, die würden auf die Druckplatten hier drauf treten. Ja, ich weiß... Ich weiß auch gar nicht, ob das... Ich glaube, die Druckplatten, die gefallen mir gar nicht so sehr. Äh, ich mache jetzt folgendes. Ich locke jetzt mal ein paar Kühe hier raus. So. Und jetzt mache ich dicht. Nein! Dicht machen! Beruhige dich! Geh da weg! So. Nein, nicht die Schafe! Oh. Scheiß Druckplatten, ey. Ich schmeiß die jetzt weg. Die sind scheiße. Ach, um euch Schafe kümmere ich mich später. Jetzt folgt mir erstmal hier ins Gehege. Ja, hier, komm. Macht was draus. So, du musst leider sterben. Du bist hier falsch. Ich habe hier kein Schwert. Ich weiß nicht, wieso ich mein Schwert nicht mehr habe. Geh mal raus da. Ach ja, weißt du was? Geh gleich hier rein. Ist sowieso ein Schafsgehege. So. Oh, und jetzt werde ich diese scheiß Druckplatten da wegräumen. Die sind sowas von doof. Das ist jetzt eine ungerade Zahl hier, ne? Das trifft sich. Fünf Stück. Nein, warte. Nein, da ist noch ein Gegenteil. So kannst du sterben. Oh, der Penner droppt nicht mal Leder, ey. Also, liebe Entwickler von Minecraft, Konsolen-Versionen, ja? Also, entweder ihr macht ein Patch, wo das Inventar größer ist, oder ihr schafft es in irgendeiner Form, Mods für Konsolen rauszubringen. Es ist mir scheißegal, aber das Inventar ist zu klein. Ach. Muss ich wieder hinlaufen? Bäh. Wo tue ich denn das hin? Ich meine, ja gut, Pflasterstein. Ja, da ist so viel Schrott im Inventar, das brauche ich gar nicht. So. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, hier Kartoffeln und der ganze Rotz. Wer braucht das? Ah, gut zu wissen. Okay, ja gut, die Eimer, die brauche ich jetzt auch nicht. Sand, Holz. Pflasterstein. So. Ja, dauert alles wieder länger, als ich dachte. Ich wollte ja eigentlich die Schmiede für, aber das ist jetzt... Das ist ja nicht mehr so viel. Ich weiß, ich baue wieder mit Schwert ab, ist mir scheißegal. So, ich tue mal die Spitzhacke hier hin. Ich stoffel da hin. Die Axt da hin. Total toll. Ah, geht viel schneller. So. Äh. So. Ja, hier sind jetzt auch nur noch wenige drin. Ja, hier sind sie eigentlich noch. Wobei ich die hier ja wieder... Äh. Hier züchten könnte. Macht was draus. So. Könnt... Ne, die haben ja, obwohl... Nein, geht nicht. Auch okay. So. Dann werde ich jetzt folgendes machen. Ich werde jetzt wieder in die Schmiede gehen und mein Werk vollenden. Und nach... Äh. Nachdem ich das gemacht habe, am Ende der Folge gehe ich nochmal zurück in die Scheune. Hoffe, dass die Kuhbabys inzwischen groß geworden sind. Und dann schlachte ich nochmal groß ab. Dann kann ich nächste Folge mich nämlich wieder ein bisschen um, äh... Das Lagerhochhaus kümmern. Und danach werde ich wieder eine Höhentour machen, eine kleine. Wo ich Obsidianen sammeln werde. So, das sieht doch schon mal fantastisch aus. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Schauf... Ja. Das vielleicht austauschen. Ja. Jetzt scheint alles ruhig zu sein. Zu früh gefreut. Scheiße. So. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, der Lagerraum ist fast fertig. Jetzt brauche... Ach, scheiße. Ich habe das vergessen. Ja, gut. Okay. Kein Problem. Hört man das klacken eigentlich vom Controller? So. Okay. Damit ist jetzt der Raum fertig. Also fast. Jetzt fehlen ja nur noch die Regalwände. Ja, die gibt es auch. Dazu brauche ich aber wieder diesen Stein. Und ich glaube 34 reicht da nicht ganz. Deswegen haue ich da nochmal zwei Stacks jeweils rein. So, zur Sicherheit, ne. Und hier kann ich das Eisen mal einschmelzen. So. Die Regalböden sehen folgendermaßen aus. Wir haben hier... Erstmal muss ich die Fackeln anders positionieren. Jetzt brauche ich die nämlich wieder auf dem Boden. Auf dem Boden der Tatsachen. Okay. So. Ja, weiß nicht. Einfach hier. Hauptsache Licht. So. Okay. Ja, wie fange ich das jetzt an so? Also ich... Ja, das ist schon mal kacke so, ne. Also es ist eine ungerade Zahl. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hätte vielleicht die fünf Blöcke lassen sollen, aber... Das ist mir aber wirklich ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Also eine Kiste. Sonst mache ich hier einfach nochmal vier Schmelzöfen. So. Hier baue ich das natürlich symmetrisch. So wie es sich gehört. So. Da habe ich was falsch gemacht. So gehört sich das. Äh, genau. So. Und dann jetzt hier. Jetzt ist die... Ja, eigentlich müsste ich das in die Wand reinbauen. Das sieht halt aber merkwürdig aus irgendwie. Ja gut. Was wird denn passieren? Das ist sowieso eine gerade Anzahl an Blöcken. Das gefällt mir... Ehrlich gesagt gar nicht. Mann, ich hasse Asymmetrie. Da baue ich eben noch einen Block weiter. Wem schadet es schon? Nein, mir schadet es. Ach, das kommt davon, wenn man nicht nachmisst, ey. Dann sieht das alles kreuz und quer und scheiße aus. Äh, pfff. Kack drauf. Ich, äh... Ist es wenigstens hier eine gerade Zahl. Hier würde eine Kiste sein. Hier nur der Rahmen. Also hier kommt auf jeden Fall ein Rahmen hin. Würde ich hier in die Wand so reinhauen. Dann würde ich hier nämlich so eine Kiste reinkommen. Ja. Ja, mal gucken. Sieht jetzt nicht exzellent aus, aber... Okay. Gute Nachricht. Es ist symmetrisch. Mehr oder weniger. Es ist akzeptabel. Irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Tja. Äh. Ich hätte tiefer bauen sollen oder so. Das ist alles kacke. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, äh... Ich hätte es kleiner bauen sollen irgendwie. Einfach nur... Scheiß drauf. Weißt du was? Ich lasse das jetzt erstmal... Ja gut, die Steine, die können von mir aus köcheln. Ich nehme jetzt nur das Eisen mit. Und dann werde ich... Obwohl, das könnte ich ja eigentlich schon mal einräumen. Äh. Also in der ersten Etage, da sind ja auf jeden Fall Pflastersteine vertreten. Heißt, die könnte ich ja theoretisch schon alle einräumen. Also das ist... Aber... Ich mach das... Ich glaube, ich mach das nächste Folge. Nächste Folge wird sowieso... Werde ich sowieso einräumen ein bisschen. Jetzt aber erstmal... Brauche ich nochmal ein bisschen Weizen. Habe ich in einer der Kisten noch Weizen drin? Das wäre klasse. Ja... Nicht wirklich. Hätte ja sein können. Ich gehe auf jeden Fall pennen. Und dann hole ich mir vom Feld, glaube ich, nochmal eine... Ein bisschen Weizen. Beziehungsweise ich hab doch noch... Irgendwo muss ich noch Kisten. Oder habe ich die jetzt für irgendwas benutzt? Äh, benutzt. Ich habe doch noch Kisten gehabt. Ach, da oben. Dann benutze ich die nämlich jetzt für... Eine gute Frage. Für was benutze ich... Achso, für das Feld. Ja, ja, ja. Für das Feld. Für das Feld. Das ist eine interessante Frage. Soll ich die einfach hier hin tun? Also einfach hier so hinstellen? Ist auch doof. Nee, da mache ich eine... Da mache ich was Schöneres hin. Aber auf jeden Fall ein bisschen Weizen muss sein. Deswegen werde ich hier nochmal... Eine Reihe abbauen. Das wächst auf jeden Fall schön nach. So, ein bisschen Weizen habe ich dann auch gewonnen. Und kann das sofort wieder in Tierzucht stecken. Jetzt gucke ich aber erstmal... Hoffentlich sind die... Kuhbabys erwachsen. Ne. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Also heute macht es mir Minecraft aber wirklich nicht leicht. Die scheiß Schmiede geht nicht. Die blöden Tiere werden nicht groß. Was soll das eigentlich? So, jetzt werde ich mal... Mein Inventar komplett ausleeren. Also wirklich komplett. So, um folgendes zu tun... Brauche ich wieder meinen schlauen Zettel. Das ist der falsche. Mann, 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 Mann. So eine Zettelwirtschaft hier. So, Baustoffe 1. Äh, da zum Beispiel Baustoffe... Klingt das eigentlich anders? Wenn ich so das... Den Zettel hier vorhalte. Das hat so ein... Ich sollte erwachsen werden. Äh, Baustoffe 1. Okay. Das Problem ist, das ist hier richtig dunkel bei mir, weil ich habe das Licht nicht an. Ich habe zwar die Jalousien oben, aber draußen ist es so düster. Es wird ja immer schon so um 12 Uhr mittags wird es ja schon Nacht. Wegen Winter. Also, was brauche ich für die erste Etage? Da brauche ich auf jeden Fall... Ja, Erde ist natürlich... Wird eingelagert. Äh, Kies nicht wirklich. Also, es ist vorwiegend Holz, ne? Vorwiegend Holz. Ja, Druckplatten. Ich habe jetzt keine Kiste für Druckplatten. Will ich auch nicht unbedingt haben. Okay, aber in erster Linie geht es um Erde. Pflasterstein. Ganz wichtig. Pflasterstein spielt eine wichtige Rolle. Ähm. Was brauche ich noch oben? Ne, Setzlinge nicht. Da ist noch Erde. Gut, normale Steine habe ich jetzt auch mal aufgeschrieben, aber... So, ich mache jetzt auf jeden Fall mal das Inventar voll. So, Holz. Obsidian bleibt da Sand, habe ich... Natürlich, Sand ist natürlich oben auch vertreten. Habe ich das hier in irgendeiner Kiste übersehen? Es sieht nicht danach aus. Dann gehe ich eine Kiste weiter. Ach, du Scheiße. Gut, lassen wir das mal. Räumen wir erst mal ein. So. Ja. Passt doch noch viel rein. So, hier der Pflasterstein. Scheiße, das war Kies. Den muss ich gleich wieder rausholen. Das war wieder Kies. Muss ich rausholen. Kies sieht sich aber auch so ähnlich. Das ist das Problem. Irgendein Stack Kies habe ich... Da war da noch ein Stack. Oder... Ach nee, das war nur einer. Okay. Ja. Hier hätten wir dann nochmal Pflasterstein. Äh. Ah. Ich glaube, das hat gefehlt, ne? Ja, ja. Schön. Gut. Was kam hier hin? Nochmal Sand. Hab ich doch dabei hier. So. Dann tue ich das gleich mal hier in die Kiste rein. Äh. Hier habe ich noch Fichtenholz, was ich hier reintun kann. Kies bekommt was... Äh. Bekommt einen anderen Platz. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier noch irgendwas... Ah, ja. Hier sind... Hier ist noch der Rest. So. Hier ist noch Erde. Holz. Keine Ahnung. Das kann ich ja mal mitnehmen hier. So. Und hier haben wir noch ein bisschen Erde. Normale Steine. Steinziegeltreppen und so weiter. Okay. Ja, mir wird gerade bewusst, dass ich gar keine Kisten für diese Kunststeine habe. Aber das... Habe ich wirklich nicht, ne? Also es ist geplant, dass ich eine Kiste für Steinstufen und Treppen und sowas habe. Also daran habe ich gedacht. Allerdings habe ich nicht an... Steinziegeln und sowas gedacht. Das ist... Okay. Ist ja sehr, sehr interessant. Okay. Ja gut, dann packe ich das einfach in einer Kiste. Ist eigentlich auch egal. Äh. Hier ist auf jeden Fall noch Zeug. Äh. Mehr brauche ich nicht. Okay. Ja, da... Also... Ja, da habe ich ja schon fast alles eingelagert, das Gröbste. So. Ja. Ja. Ach ja, die Kiste war voll. So. So. Sehr schön. So. Birkenholzbaumstämme waren hier drin. Birkenholz an sich war hier drin. So. Ja, weiß nicht. nicht. Normaler Stein habe ich jetzt hier mal eingetragen. Da werde ich einfach diese ja, diese Steinziegel einfach hier nach unten tun oder so. Keine Ahnung. Ja. Okay. Dann wäre das ja schon mal fertig eingeräumt. Hier unten habe ich nichts mehr. Dann könnte ich mich ja theoretisch auch um die anderen Sachen noch kümmern. Jetzt aber gehe ich nochmal zurück zur Scheune und hoffe, dass die erwachsen geworden sind. Ich habe kein Weiz. Wo habe ich das? Achso, das habe ich natürlich jetzt alles abgelegt, ja. Äh, gut. Von mir aus, von mir aus. Wo habe ich das Weizen? Ach, das habe ich bestimmt hier rein. Okay. Sehen wir nach. Tut mir eingefallen. So. Fuß gebrochen. Ja, perfekt. Perfekt. Dann schlacht die... Oh mein Gott, ich habe mein Schwert vergessen. Ich glaube, in die Scheune baue ich mir einen Schwertspender. Wirft man 25 Cent ein und dann kriegt man so ein Eisenschwert. Schlachterbeil oder sowas. So, das Schwert habe ich hier, glaube ich. Da ist es. Okay. Ja, okay, okay. Also schön. Dann wollen wir mal. So, wie viel haben wir jetzt noch? Äh, sechs Stück. Ja, okay. Gut. Ja, die sind noch die sind noch klein und schwach, aber ich kann ja wenigstens Mach zu! So. So, wie viele haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier noch zwei, drei, vier, fünf, das sind sieben, sechs. Ja, drüben habe ich auch sechs Stück, das reicht. Gut. Okay, zehn Leder. Ja gut, das ist ein Anfang. So, dann kommt alle her. Lolo, 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 lolo. Toll. So, hier das... Ne, hier wird das nicht gehen, aber hier. So, perfekt. Gut, dann mache ich Schluss für heute, glaube ich. Ähm, nächste Folge, glaube ich, werde ich dann mich weiter um die Einräumung des Lagerhochhauses kümmern und in der nächsten Folge mal gucken, werde ich mal wieder ein bisschen Obsidian sammeln. Und irgendwann ist das Gebäude dann fertig. Stimmt, Glas muss ich auch noch einbauen. Ah, ich muss mir mal irgendwie so eine To-Do-Liste oder so was muss ich mir mal anfertigen. Na schön. Gute Nacht.